Ich weiß genau, was du vorhast. Herzlich Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Was habe ich denn vor? Ah, es hat nicht geklappt. Klar, so. Wir sind im schlimmer Land. Und Lou nimmt, oh Gott. Da ist was. Da drüben auch was. Warum ist das so? Tease. Wo war was? Der hier ist so ein Bügel. Ja. Der ist verdächtig. Ja, 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 ja. Da oben. Kommst du da hin? Kommst du da hin? Moment. Manno! Bis du da bist. Ist der Part vorbei. Grummel, grummel. Oh, die will ich. Ich kann dich gar nicht springen lassen. Gott sei Dank nicht. Ich glaube da oben war ich schon. Das ist ein Mond, den ich schon habe. In sich. Oh, hier gibt es ein sehr, sehr cooles Porträt. Also Gemälde. Okay. Ein Gemälde gibt es hier ein sehr cooles. Guck mal da. Cheat mal. Oh nein. Oh nein. Ich habe verkackt. Wo bist du denn? Sehr gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was warst du da? Oh mein Gott. Ich habe dich hochgeholt. War aber echt. Guck mal, jetzt kann ich hier nochmal so hin. Ähm. Wow. Okay, hier müssen wir mit dem Hammerbruder hin. Cheese. Genau, okay. Cheese. Genau. Nehm mal einen. Ne, nehm den hier. Ich wollte ihm nur eins mitmachen. Ist ein bisschen nervig von der Fortbewegung her. Und die Geräuschkulisse ist bei denen auch ziemlich anstrengend. Kann ich dich auch nicht springen lassen. Langweilig. Ja, Gott sei Dank. Der kann schon so crazy springen. So, Rainer. Dass du mich mal springen lassen willst. Das macht Spaß. Meinde doch mal dein Mützen-Business. Die Musik magst du, ne? Ja. So, ich muss aufpassen. Hier kann ich mir den Weg verbunden machen. Oh nein. Kann ich irgendwie boxen? Kannst du die da reinschubsen? Ja! Oh, da ist er jetzt. So, das ist jetzt gemein. Ich weiß, wo die Monde sind. Einer ist hier unten. Wir sind schon alles weiß. Ja, vom Event. Tut mir leid. Soll ich so tun, als ob ich es nicht wüsste, wie andere YouTuber. Oh, was ist denn hier? Hm. Was hast du für ein süßes Frisürchen? Das ist meine neue Mode. Das ist ja knuffig. Grün-blau. Style. Oh, knuffig. Ach, das finde ich schon jetzt knuffig. Äh. Warte mal. Soviel zum Thema. Ich weiß alles. So, da. Zum Glück ist dein Gedächtnis nicht so gut. Das stimmt. Moment. Hier ist ein Mond. Moinimoin. Handkäs mit Musik. Handkäs mit Musik? Aha. Kennst du nicht? Nein. Das heißt, mit Musik war mein davon Pupst. Ähm. Too much information. Da ist der letzte. Ah, okay. Ich finde auch, dass Handkäs immer so eklig aussieht. Wenn ich den im Laden sehe, denke ich mir so, wie ist denn sowas? Meine Mama. Und bei Handkäs war das wieder der Schlag gegen die Fliege. Ja. Ich habe sie gesehen, sie war vor meinen Augen. Aber nicht lang genug, sodass ich sie ausmachen konnte. Du stinkst. Die ist immer nur bei dir. Ja, ich war ja auch geschwitzt. Ich hasse dieses Wetter. Es ist zu kalt für ohne Jacke und es ist zu warm für mit Jacke. Ja, kannst du dir... Und ich schwitze. Hilfe. Haus, Haus mit deiner Pfanne. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich steuze. Wo bin ich? Kannst du den bitte mal aufhalten hier? Ich weiß nicht, wo ich bin. So, wir müssen da hoch. Oh, die respawnen ja. So, da ist der Schalter. Den können wir umlegen. Leg den Schalter um. Bei Hand gehst du mir vor, dass den einer in der Hand gerollt hat, weißt du? So, dass der eigentlich den ganzen... In einer schwitzigen Hand Käse gerollt hat. Äh, da unten ist da was. Aber da kommen wir nur mit Podoro hin. Hei, hei, hei. So viel zu tun. Slap. Slap. Guck mal da drüben. Das sind Äpfel oder Tomaten oder was auch immer. Was ist hier los? Top auf der Bekannte. Tauch ein. Was, wenn ich nicht will? Das ist ein Dreiermond. Das ist ein Maiskolben. Ich will Fleisch. Ähm... Checkpoint! Check! Ja... Point! Entspann dich doch einfach mal. Ich hab das so im Gefühl. Was? Ich hab das so im Gefühl, dass wir den brauchen. Achso, brauchen wir den? Hallo. Yeah! Kann man die Dinger da eigentlich hier die... Nein! Ich will... Ich wollte den Schubchen. Da, da, da. Kommt wieder. Ja, kommt wieder. Keine Sorge. Kommt wieder. Bist du dir da sicher? Bist du da ans Lauf? Oh, die Tomaten sind jetzt falsch geklopft. Aber kannst du da nicht... Ich meine... Ach, vorbei. Du musst nur hoch an dem Schatten. Ah! An dem Schatten hoch. Okay, Moment, so. Jetzt. Ach. Ich wusste nicht, dass du jetzt auf meine Reaktion wartest. Ja, weil du mich immer noch ein bisschen höher bringen musst, weil ich glaub, sonst wäre ich da nicht hochgekommen. So. Oh, lol. Das ist nicht klar. Ja. Oh, die Stelle, ne? Oh, nein. Was? Was? Ich hab mich gerettet. Alles gut? Du hättest dich fast umgebracht. Nein, alles gut. Was redest du da? Ich bin nicht... Du hast alles nur noch schlimmer gemacht. Mario ist nicht suizidal veranlagt. Nein. Nein, 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 nein. Oh, nein. Da kenn ich sehr viele Leute, die da sehr lange dran gesessen haben. Kennst du dich? Ja, ich auch. Aber jetzt hab ich die Steuerung besser drin. Vielleicht kannst du es jetzt schneller. Außer den... Den Daumen auf dem B. Oh, ich kann dich ja gar nicht springen lassen. Oh, mein Gott. Ich kann dir gar nicht helfen. So, jetzt müssen wir die Tomaten da. Ja, du musst die Tomaten los. Ja, da oben ist nämlich ein Mount. So, das war der leichte Teil des Levels. Die Schwere kommt da hinten. Du guckst ja. Geronimo. Alles gut. Äh, hm. Okay, Lu. Oh, oh. Ich geh schon mal nach oben. Ich geh schon mal vor. Das ist so gut, sonst müsste ich da jetzt rüber. Gut, dass ich dich für die Stelle hab. Oh, mein Gott. Wenn ich das jetzt First Try schaffe, ist das echt, weil man die Steuerung... Oh, mein Gott. Das ist echt am Event gewesen, wo man die Steuerung voll nicht raus hatte, ey. Hey, ich wollte sammeln. Bitte was? Ich wollte sammeln. Ja, gut. Ich sammle nix mehr in dem Spiel. Außer Monde. Kann doch sonst nix. Außer sammeln. Und dich springen lassen. Manchmal. Wenn du nicht transformiert bist. Bitte nicht. Nein. Scheiß mich doch so schon ein. Ja, aber ich brauch den da. Den brauch ich. Moment. Ich hol den dir. Das kann ich auch. So. Oh, ma, hu. Wah. Wahoo. Mario freut sich halt. Ne. Wahoo. So, wir können noch höher, aber ich möchte hier runter. Käse. Oh, pitt, pitt. Da drin ist nämlich... Käse kaputt. Du bist jetzt ne Mega-Hilfe jetzt, ohne Scheiß. Weil alleine würde ich das ewig... Was ist das? Da ist ne Goldrübe drin und wir müssen jetzt bis zum Topf bringen. Und du musst mir die Gegner vom Hals halten. Ajo. Oh, oh, ich muss schrülpsern. Ich bin dir nicht zu laut. Hab's runtergeschluckt. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass der Hammerbruder nicht da war. Wie soll ich die denn vom Hals halten? Die machen alle nur mehr Probleme, wenn ich die kaputt mache. Das kann ich nicht. Äh, wo muss ich lang? Oh, das wollte ich nicht. Ähm. Ich wollte den stampfen. Das geht, glaube ich, nicht. Doch, das geht, aber... Oh, Gott. Warte, warte, warte. Der steht am Abgrund. Haha. Oh mein Gott. Gott. Wie komm ich denn jetzt zum Topf? Ich muss da hinten rüber. Ich brauche einen Hammerbruder. Nimm mal einen ein, bitte. Jetzt hast du den da hochgeschippt. Der ist... Der geht von alleine da hoch. Oh, lol. Da sind noch Münzen drin. Äpfel, Marten. Da müssen wir gleich noch, äh... Da musst du die noch alle wegmachen. Ja, machen wir gleich. Die Brübel despaunt ist das Problem. Oh nein. Wie komm ich denn da hin? Moment, was hat der Hebel freigelegt gehabt? Ich bin für den Kost da runter. Nein. Was hat der Hebel freigelegt? Äh, das Ding da. Dass da der ganze Weg wegkam. Gehen da den Weg, ne? Ja. Wie kommt man denn da rüber? Warte mal, ich will die kaputt machen. Die kaputt. Oh, Mama Mia. Ist nicht so gedacht vom Spiel, aber ich hab's mal so gemacht. Risky Biscuits. Und ich hab mit Lu nicht darüber geredet, deswegen war sie erschrocken. Aua, du hast dich mit in den Topf geworfen. Verdient. Verdient, sagt sie. Ich brenne. Guck, wie ich aussehe. Siehst wenigstens aus wie ein richtiger Kost. Goldrübe Rezept 3. Oh, lol. Wo, wo sind denn die zwei? Ich weiß es nicht. Was sind das für dicke, weiße Vögel? Das sind einfach nur dicke, weiße Vögel. Das sind dick und weiß. Findest du gut, ne? Ja. Jetzt ist man hier lang. Geil, ist ja mir noch ein Checkpoint. Checkpoint. Mach ihn an. Oh, vorbei. Danke. So, warte mal, nee, da wollen wir noch nicht hin. Hm. So, das wollen wir. Hab ich jetzt auch noch? Ja. Okay, Käppi so, hei, hei, hei. Spinning Käppi, ey. Was ist los? Diese Obstfliege. Diese Obstfliege? Ich mach mich fertig. Die sind anstrengend zu Obstfliegen, ne? Scheint eine Sackgasse zu sein. Ist doch keine Sackgasse, wenn du das schon so sagst. Ist so, kann man hier irgendwo rein? Aber vielleicht meint das ernst. Warte mal, lass mal gucken. Lass mal stampfen. Du kannst doch nicht hier stampfen. Klar kann ich das, guck. Boing. Hier ist nix. Oh mein Gott. Tschüss Käppi. Okay. Nirvana. Ja, es war noch ne Ecke. Ich, hier ist nix. Ich sag jetzt einfach, hier ist nix. Und in den Kommentaren wird mir geschrieben, da ist wohl was. Das ist alles. Da sind fünf Monde. Die ganze Welt ist da. Hier trau ich dem Spiel zu, dass so was ist, aber... Da unten ist doch was. Loch. Wieso ist hier so ne Versenkung und ist nix drin? Wie du an jedem Hügel einfach ne Klatsch. Klatsch. Du magst das Slap-Geräusch doch einfach ne. Ja. Aber theoretisch darf es ja nix zum Stampfen sein, weil Mario kann ja nicht stampfen ohne, ohne zweite Spiele. Hm, hm. Waren wir schon. Ja, hier haben wir gecheatet. Hm, hm. Wir können sogar die Welt schon verlassen, theoretisch. Aber die müssen doch nicht die Bosna. Ich weiß gar nicht, ob man das muss, um in die nächste Welt zu kommen. Diese Slap-Geräusche. Da ist n Mond. Da darfst du slappen. Ja. Slap ihn an. Ka-ching. Da. Hol ihn mir. Hol ihn mir. Da ist ne Tür. So, da müssen wir auch noch was kühlen. Ne Tür. Oh. Dür. Ne Dür. Ne Dür. Ne Dür. Ja. Oh, wait. Die muss ich... Du darfst sie vorhaben. Hast du sie? Hast du sie? Ich glaub, ich hab sie angetatscht. Angetatscht zählt nicht. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Das ist... Oh, nein. Falsche Seite. Oh, wir müssen zurück. So. Jetzt aber noch. Was? Ey! Bist du nicht mitgekommen? Ne. Warum auch? Du hast das Ding ja nicht getroffen. So, warte. Und jetzt? Und nu? Ähm. Und? Ja, das funktioniert gut. Ich weiß nicht. Links. Ähm. Was war das denn jetzt? Ich bitte dich. Ich weiß nicht. Skillor. Nein, dein. Schlippmünzen. Wow. Was? Äh, ich weiß... Hier links am Rand ist noch ein... Kack. Mond. Schlippsen. Ähm. Ähm. Hex! I call Hex! Ah, nein. Warum machst du das? Oh, nein. Weil du Bullshit machst. Komm zurück. Komm zurück. Kannst du. Danke. Was machst du da eigentlich? Ich weiß es nicht. Sterben. Per Gabel zum Gipfel. Gabelgipfel. Aber war hier nicht noch... Was ist denn da drüben? Stimmt, da ist der andere Mond. Aber war hier nicht auf der Seite auch noch was? Gibt doch immer zwei hier drin, dachte ich. Also zwei, drei. Aber meistens zwei. Oh, wie. Hüpft da rüber. Los, hüpft. Ich kann hüpfen oder mich mit einer Gabel rüberflitschen. Hüpf! Nicht gegen den Pfosten. Super. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Da brauchte ich nicht mal Mützenkontrolle. Hast du das gesehen? Abstecher per Gabel. Gabelstecher. Okay, schaffe ich das? Lu trinkt gerade. Das heißt, sie hat keine Kontrolle über die Mütze. Dann geht das. Ich brauche eigentlich nur eine Hand dafür. Ich muss nur mit links trinken. Oh nein. Kann ich dich trotzdem noch sprengen lassen. Der hat die Strats. Das ist nur ein Knopf, den du drücken musst dafür. Selbstverständlich. Oh mein Gott, Mario. Why do this to me? Okay, wir gehen mal wieder hoch. So. Ähm. Wann haben wir da Münzen? Ja. Ja. Auf einmal fliegt die Mütze nämlich so. Huihi. Schnell dahin, bevor er weg ist. Ich brauche ein Potopo. Achso, wir müssen ja noch. Warte. Ich dachte so. Okay. Ich wollte den du schubsen. Und dann kommst du da auf jeden Fall wieder an mir. Einmal den ganzen Käse hier auf, Nomsen. Auf Pfannen. Auf Pfannen. Boah, das müssen wir halt echt jeden Block machen, weil ich nicht weiß, wie viele hier liegen. Was slappst du die da? Ah. Mann. Lass mich. Ich will. Du tötest die doch nicht. Du slappst die doch nur. Aber ich kann die schubsen. Du willst die in die Lava schieben? Ja. Du bist ein ganz schöner Sadist. Ein ganz schöner Sadist bist du. Ja genau. Bleib da drüber schwein. Voll gemein. So. Außen die große weite Welt. Oh, 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 oh. Ja, hast du ein paar Dinger gesehen, ne? Ich geh die in den Weg hier. Ich bin zu kurz. Oh. Oh, not it, not it, not it. Chill, man. Kannst du die sammeln? Ja. Oh ja, kannst du. Oh mein Gott. Warte. Oh mein Gott. Ich bin... Okay, du machst das schon. Okay. Oh, sie hat nicht 3D. Doch, jetzt hat sie 3D. Sie hat kurz nicht 3D sehen. Voll geschafft. Ja, krass, ne? Das war so schön. Ja. Notenjagd im Lava-Bad. Reimt sich das? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich schon so ein bisschen. Das wollte ich nicht. Ich weiß, was du wolltest. Gleich eben, was ich wollte. Ich bin hier, um die Risse im Boden zu reparieren, aber wie es der Zufall so will. Ich habe Höhenangst und traue mich nicht weiter. Ich wünsche mir, hier würde jemand die Arbeit abnehmen. Okay. Gibt es da einen Boden für? Kein Problem. Komm, so Paprikas. Paprika. Paprika, Paprika, ey. Oh, ich habe auch nicht getroffen. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo... Ach, da ist noch einer. Da unten. Da ist noch einer. Ah, die Paprika so. Oh mein Gott. Ich habe mich noch erwischt. Es gibt echt einen Mond. Da ist das schöne Porträt. Gemälde. What the fuck? Das ist kein Porträt. Das ist kein Mensch drauf. Alle Risse sind repariert. Was für ein stumpfen, scheißes Mohnen gibt? Ich habe auf Facebook gelesen, da wo man eh keine Kommentare lesen sollte, dass die Leute es doof finden, dass man die Mohnen so leicht findet. Hey, dafür gibt es ja auch 10 Millionen. Es gibt doch 600, Alter. Hier, das ist ein sehr schönes Kingdom. Ist das Peachloch? Ah! Und weißt du, wo wir jetzt rauskommen? Weißt du das? Aus der Peach. Bei Yoshis Haus. Also das ist Yoshis Haus. Yoshis Haus ist hier immer nur ein Baum und ein Kamin. Da oben ist ein Stern. Und? Das krasse ist ja, man kann hier ja, guck mal, das ist wie beim N64. Cool, ne? Und da gibt es Münzen. Das heißt, man kommt da hin. Siehst du da hinten? Da sind überall Münzen. Das heißt, man kommt da später noch hin. Ja, ja, ja. Da freust du dich drauf. Ja. Also darf ich das nicht alleine spielen? Guck mal, überall Münzen. Das heißt, man kommt da auf jeden Fall hin. Ob man da auch rein darf? Oh, das weiß ich. Das wäre cool. Cool, das sind Pilzen, noch mehr Münzen. Da ist ein Toten, ein Labyrinth. Das ist aber anders. Das ist falsch, das Schloss. Ja, das hat sich verändert. Das wurde renoviert ein paar Mal. Das ist nicht gut. Das bin dagegen. Aber du hast doch N64 Mario nie gespielt, oder? Nicht viel. Obwohl, das war beim N64 dabei. Jeder hatte das damals, ne? Ja, aber ich habe das nicht viel gespielt, weil ich schlecht bin. Aber wir haben doch immer einen Mario Kart. Achso. Haben wir. Dann war das unser Haus. War das unser Haus. Oh, fuck. Fuck, Hack. Fuck, Hack. Was soll das denn? Fuck, Hack. Und du so, wie du drauf... What the fuck? Ein Mond für dich, das war aber ein Stern. Das war aber ein Stern für dich. Die Mond, die Sterne. Oh, cool. Du, so, wie du gecheatet hast. Lass mich in den Kabinen. Ich gehe auf den großen Baum. Ja, im großen Baum ist nichts. Auf den großen Baum. Dann cheate. Du hast es anscheinend raus. Ich habe einfach nur B gespammt. Mach das nochmal. Das funktioniert nicht immer, weil du dann manchmal so runterfällst. Geht das? Zweimal kriegst du hin. Warte mal. Oh mein Gott, wenn wir das hinkriegen. Alter, das wäre voll Skill. So, warte mal. Ich springe hoch. Kannst du mich da mit B zweimal hoch... Nee, einmal. Wenn ich so springe, kriegst du mich mit B nicht zweimal hoch, ne? So einmal kurz. Hm. Was ist höher? Machen wir dein B. Das ist höher. Okay. Dann machen wir zweimal B. Ach, warte. Das geht, das geht. Warte, warte. Mach zweimal B. Ah, nee. Das Spiel lässt das nicht zu. Weil wenn man zu hoch ist mit der Mütze... Warte. Lass mich mal machen. Pass auf. Bin ich da oben? Nein, du hast gedrückt. Deswegen ging das jetzt nicht. Du solltest nichts machen. Was? Ich will dir was zeigen. Pass auf. Das Spiel will nämlich nicht, dass du das abused. Die wissen, dass das geht. Aber ein zweites Mal kannst du diesen... Hechtsprung nicht auf die Mütze machen. Beim zweiten Mal lässt du das Spiel dich einfach durch die Mütze glitschen. Jetzt könntest du damit unendlich weit springen. Was machst du? Warum? Sie fummelt an mir rum. Und nicht auf die schöne Art und Weise. Lulz. Röre oder Loch? Was ist denn da? Was ist denn da in der Kiste? Äh, ne. Oh. Komm mal da rein. Ich kann da nicht rein. Das ist irgendwie unrealistisch. Geh mal da rein. Das ist die 2D-Welt. Geh mal rein. Oh nein. Tun mir die weh, die Paprikas. Paprika-je. Paprika-je. Ach, geh doch weg. Sind so 3D, die Paprika-je. Das ist verwirrend. Oh. Oh, ne. Oh Gott. Okay, Paprikas tun mir nichts. Komm nochmal runter. Trotzdem wirklich. Oh nein, ich hab scheiße gemacht. Jetzt hast du so alles schon gehabt und jetzt geht das nicht mehr. Da hattest du jetzt einen Fehler. Im System, ja. Ich weiß. Ich seh jetzt nicht gut nach. Was ist das? Ich will dich putten. Warum willst du mich... Ich fühle mich verarscht von der Frau. Ich will dich putten, sagt sie. Ich bin doch kein Golfball. Okay. Oh, dass die Paprikas hier so runterrollt. Schon 66 von den 100? WTF? Ähm. Oh, oh. Oh. Oh mein Gott. Wuuu. Nyaaau. Funktioniert das aber nicht in 2D, Mario? Oh. Hier gibt es doch immer zwei. Ja. Wo ist denn der... Wo ist denn jetzt hier der versteckte Gang? Also oft, nicht immer. Ich will nix. Man fällt übrigens... Wenn man in die Lava fällt, sofort in den Tod. Ähm. Gut, vergessen wir dies. Wow. Alles schnell aufgegeben. Was? Ich geb mich auf. Das ist mir gar nicht hilf gerade. So. Ich sag zwar, dass du mich oft behinderst, ne? Aber du hast auch sehr praktische Seiten an dir. So, so. Hab ich dies. Ähm. Du hast meine Jellybienen weggetreten. Jo. Hier, ich lass dich mal hier. Tschüss. Ja. Jetzt bist du nutzlos. Jetzt. Ich bin auf der Puppe. Derzeit nicht verwendbar. Ich will dir auch mal Gesellschaft leisten. Wie du jetzt einfach nutzlos bist. Jetzt ist reiner Mario-Skill gefragt. Musik lauten. Oh nein. Das ist jetzt aber ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Hä? Wie? So hab ich's beim Event auch gemacht. Aber es reicht zeitlich, glaub ich nicht. Oh doch. Wenn du es gleich hingekriegt hättest, auch. Ha-ha. Eigentlich will das Spiel, dass man da an der Kante hängt. Aber ich stelle mich immer an den Rand und duck mich. Drehwurm. Hm, den hab ich jetzt. Oh, oh. Ich hasse das. Ich hasse drehen. Oh nein. Ah, der dreht sich noch nicht. Ich muss gleich ein kurzes Schläfchen machen, bevor ich meine Kekse back. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das will das Spiel nicht ernsthaft. Okay. Zehn Minuten Schläfchen. Okay. Äh, ich hab zwei Monde. Aber warte mal. Da ist nix drauf, oder? Ne, das war einfach nur... Okay. Ich hab zwei Monde. Hm? Ich hab zwei Monde. Hm. Hm. Das haben wir gut geschafft. Reiner Mario-Skill ist vorhanden. Hm, hm. Hä? Hm, hm. So. Haben wir jetzt... Pfff. Nein! Toll, dass du mich... Huch, du so. Bitteschön. Dankeschön. Und was soll dieses abwertende Dankeschön, bitte? Als ob ich nab wäre. Bin ich wie Klepp, oder was? Ich hab sie gesehen. Deine Schläge nach der Fliege sind übrigens sehr knuffig. Ich hab sie gesehen. Und nicht effektiv. Das ist immer noch ein Merken. Wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Babykatze, die nichts drauf hat, ne? Mann, oh. Zieh mich vor... Keine Babykatze. Bist du jetzt schon wieder da? Ach, da waren wir schon, ne? Ja. Weiß ja nicht, was du vorhast. Wir sollten mal zum Boss gehen. Boss, schmoz. Wie geht's zum Boss? Auf der Runde. Ist doch okay, super. So, wir machen noch eine Folge. Ist das okay? Wir müssen zum nächsten Partien gehen wir zum Boss. Okay. Gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.